Das neue, sagenhafte Gameboy-Abenteuer von Nintendo, Mystic Quest. Durch ein geheimnisvolles Land führt dein Weg und es gibt nur ein Ziel. Finde das magische Schwert. Bei den Herausforderungen, die nur die besten bestehen. Mystic Quest, jetzt für den Gameboy. Nintendo, I want it all. Donkey Kong. Das ist doppelter Spielspaß. Das erste Gameboy-Spiel einer neuen Generation. Speziell für den Super Gameboy entwickelt, aber auch normal auf den Gameboy zu spielen. Mit 96 neuen Levels und super Farben auf dem großen TV-Bildschirm. Ein irrer Gorilla-Spaß. Videogames 994 vergab 90 Spielspaßpunkte. Also, jetzt zeig mir die Bestie, die dich so zugerichtet hat. Der neue Donkey Kong ist da. Super Action auf fast 100 brandneuen Leveln für den Gameboy. Und in Super Farben mit dem Super Gameboy. Neu, nur von Nintendo. Donkey Kong für Gameboy und Super Gameboy. Wario Land, die aktuelle Nummer 1 der Nintendo Top 10. Hier ist das Böse gut und Gold noch besser. Denn hier spielt Mario die Hauptrolle. Verbissen kämpft er gegen Mario, denn er will unbedingt sein Schloss haben. Ein super Spiel mit batteriegestütztem Speicher für jede Menge Action. Mario, du bist Mario. Du warst in Gold und kämpfst gegen böse Piraten. Und dann verwandelst du dich in einen Jet oder schmuckst Feuer. Denn du bist der böse Mario. Wario Land in Super Mario Land 3. Neu für den Gameboy. Hehehehe. Das macht sogar viel Spaß. Gameboy Gallery, das sind sie, die Nintendo Game & Watch Spiele. Anfang der 80er Jahre verbreiteten sie sich wie ein Laubfeuer. Hier sind 5 Game & Watch Spiele auf einer Gameboy-Kassette. Ball ist das Spiel für Jongleure. In Vermin kriegen die Maulwürfe eins aufs Haupt. Flagman verlangt ein phänomenales Gedächtnis. Manhole ist für Brückenbauer. Und bei Cement Factory ist Timing alles. Space Invaders. Neu und bisher einmalig. Das Gameboy-Spiel, das Super Gameboy-Spiel und das Super Nintendo-Spiel. Zusammen auf einer Gameboy-Kassette. Klassische Spielhallen-Action für zwei Spieler. Für zu Hause und unterwegs. One. Helft mir, Wario. Ich bin euer Meister. Wario ist ein Niemand. Jetzt kommt das größte, herausforderndste Gameboy-Abenteuer aller Zeiten. Super Mario Land 2. Die sechs Goldmünzen darf Mario nie bekommen. Das Schloss darf er nie erreichen. Hütet euch vor Varios bösem Flur. Gehorcht, Wario! Vergess Mario! Super Mario Land 2. Der neueste Top-Hit-Tour für den Gameboy. Nintendo, I want it all. Ha, ha, ha! Beep. Vielen Dank.